Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Castle Crusher. Mein Name ist Rottmeck und mit dabei ist wieder mal Teich Titti. Hallöchen! Hallöchen! Mach dich nicht immer lustig darüber. Das ist jetzt Standard hier am Anfang immer. Gut, wir sind in der Zyklotenfestung stecken geblieben und da wollen wir jetzt dem Zykloten mal auf die Fresse geben. Und ich würde sagen, gleich geht's los, ne? Aber hallo! Aber hallo! Los! Auf geht's, Freunde! Oh, 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 sein Präschen. Wir müssen da den Leuten noch die Pause verwehren zuerst. Ja, ich hab übrigens, wir haben ein paar neue Shops entdeckt auf der Map in der Zwischenzeit. und haben uns da ein bisschen eingedeckt, auch mit Bomben und ich hab einen neuen Stab. Der macht hier richtig viel Magie-Schaden. Und du hast ein Level-Up. Sehr schön. Wie wird man manchmal einen Feind einfach vergessen? Weil wir so in Rage sind, wenn so viele da sind. So. Aua! Au! Ja, aua. Aua! Hau mal die Dinger weg. Da ist eine Birne. Nimm, nimm, genau. Nimm die Birne. Boah. Lass die mal stehen! Sonst treff ich die nicht da mit meinem Blitz. So, vom Live her sind wir ein bisschen besser abgedeckt als vom letzten Mal. Ja. Oh, da kommt noch mehr. Wo steiß ich denn meine Feuerbälle hin? Keine Feuerbälle. Die Blitzbälle. Jawohl. Level-Up. Sehr gut. So muss das. Sehr gut. Sind die Platz? Da ist noch einer. Okay. Sag mal, wie lange bilden wir noch? Und ich mach hier immer auf die Säule. Alles klar. So. Der Zyklop. Du solltest übrigens vielleicht mal den Zuschauern erzählen, was du dir da Schönes gekauft hast. Den Stab? Genau. Den Stab, ja. Den hab ich mir gekauft und der gibt plus, ich glaube, 5 Magie, ne? Genau. Da krieg ich hier auf die Smaul. Die verdammten Bomben. So, die sind durchgerüstet. Da gibt's ne Waffe. Wir können übrigens später mit nem Spaten Dinge von, von, äh, äh, vom Boden ausgraben. Äh, und dafür ist dann wahrscheinlich auch dieser Affe da, damit wir dann mehr Glück haben, gute Sachen auszugraben. Genau, wir haben auch so nen Schädel vom Affen gefunden im Shop, der soll uns, ähm, bisschen dabei helfen, hier bessere Gegenstände zu finden. Ja, das Blitzding, das blitzt ganz, uh, aua, hör mal auf hier. Aber du hast fast kein Life mehr, ne? Hm, ich sehe auch grad schon. Aber komm, den haben wir gleich. Den haben wir gleich, den haben wir gleich. Pass mal weg hier. Ah, ich hörte heute Blocken. Ja, jetzt komm, jetzt holen wir an uns. Komm, Radbeck! Ja! Jawohl. Ab ins Grab mit dir. Die einfach da reinhüpft. Komm mal, wirklich. Das hat dir doch niemand gezwungen, da reinzuh- Ja, tut mir fast ein bisschen leid. Oh, ne große Truhe. Ja, Schätze, 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 Schätze. Schätze für uns, Schätze, yeah. Oh, ich kann nicht laufen. Ja, das ist cool, wenn du nicht laufen kommst, dann kann ich mir hier alles einsammeln. So, schneiden die weg. Herzchen für Tiere. Oh, nee. Du weißt, dass du verlierst, Radbeck. Was ist denn los? Wir müssen gegeneinander kämpfen für den Kuss. Ah, echt? Ja, ja. Oh. Wie kommst du es da rauf? Alter! Kuss! Kuss! Na, was? Nein! Nein! Wer hat den Kuss gestohlen? Wer hat den Kuss gestohlen? Boah, ich werde mich so aufputschen. Ich werde mir Testosteron reinjagen. Ich werde dich das nächste Mal richtig platt machen. Neuer Bereich freigeschaltet. Sehr schön. Na, dann macht ihr erst mal die Punkte hier. Stärke und Agilität. Und ich gehe da jetzt auch einmal einen Punkt sicherlich hier. Ja, und auf jeden Fall auf Verteidigung ein. Ja, genau. Mehr Gesundheit. Sehr schön. So, XXXY. Ja, gut. Das ist, äh, ja. Das ist schwer. Dreimal X und einmal Y. Das ist extrem schwer. Kann ich mir nicht merken. Vulkanladen. Das klingt gut. Ein Laden. Was gibt es denn in diesem Laden zu kaufen? Ah, hier ist... Spürst du einen Wind zu? Das ist fünf. Oh, das ist deine... Oh, ich kann's kaufen. Ja, ich kann's kaufen. Oh. Warum ist hier Brot? Macht das vielleicht mehr? Warum ist hier Brot? Oh, das bräuchtest du hier. Keine Ahnung. Warum hast du eine Maske auf? What, Meg? Das hier bräuchtest du, das Vieh. Erhöht deine Verteidigung. Erhöht deine Verteidigung. Für 300 habe ich aber nicht. Ja, ich weiß. Also ich hole mir das auf jeden Fall. Ja, holst du. Ding ist ja der Knaller. Besucht die... Besucht Heichtitti. So. Hier müssen wir weiter, ne? Oder... Ja, doch. Genau da. Lava-Welt. Lava-Welt. Rein da in die Lava-Welt. So. Das kennen wir auch schon. Jetzt wird Schaden gemacht, meine Freunde. Jetzt wird... Gut. Oh. Aber komm. Die müssen... Die müssen da schon stehen. Also dann haut der einfach ab mit den beiden. Und... Oh. Also ich komme mir echt vor wie... Also ich muss echt sagen, Damage macht das Ding schon wirklich. Oh. Aua. Oh, hat der dich geschlagen. Hat er mich geschlagen. Das ist inakzeptabel. So. Feuerwand. Ich will ja nicht wissen, wie das ist, wenn man zu viert spielt. Das muss ja ein Riesenchaos sein. Au, 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 au. Ich bin genau in der Lava-Fontäne gewesen. Ja, ist mir auch schon passiert. Kann ja mal vorkommen. So. Oh. Deutsche Richtung. Also ich muss sagen, wir machen schon ganz schön Schaden jetzt. Ja, absolut. Oh. Ich habe fast keinen Lai-Fontäne jetzt gerade. Jetzt ist wieder was da. Die Musik ist auch ziemlich okay, muss ich sagen. Ich muss zugeben, ich habe die Musik ausgestellt. Ah. Damit ich dich besser verstehe. Damit ich dich besser hören kann. Boah. Kannst du mich hören? Oh, hört da jemand Rammstein? Na sicher. Habe ich eigentlich schon vorher mit, äh, heirate mich angesprochen, aber okay. Hat Rammstein, äh, in, in der Schweiz mal ein Konzert gegeben? Ähm, ja, 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 ja. Sicherlich. Nee, die sind hier verboten. Du, die sollten ja mal verboten, oder, oder irgendwas sollte doch mal auf den Index kommen. War das nicht so? Das ist so, aber weißt du, Index und so, das kennen wir ja nicht. Ach, ach so, ja, okay. Wir haben ja mit nichts, wir können ja immer sagen, das ist nur witzig, weil, äh, wir haben nichts damit zu tun. Ey. Ich weiß das Problem. Weißt du, was wir hierfür brauchen, für diese Tür? Ein Toast. Da, ist er. Da liegt eins. Und weißt du, wo wir den Toast dann auch benutzen können? Bei dem Typen, der gesagt hat, wir hätten zu wenig, zu wenig Muskeln. Jetzt können wir die Mauer da einreißen. Mit einem Toast? Ja, ja. Ich zeig dir auch gleich warum. Oder wie ich darauf komme. Versteh mich nicht falsch. Ich finde der Toast absolut hammerstark. Aber so stark? Sag mal. Hallo, Captain Diabetes hat doch wohl auch stark gekämpft. Stimmt. Und der hat nur Apfelsaft getrunken, ja? Der wurde nur ins Gesicht gefurzt, so. Sag mal, wie viel kommen davon noch? Müssen wir so viel sammeln, oder? So, ich probiere jetzt mal ein, ja? Müssen wir das einfach mal? Da dreht er einfach mal durch. Da dreht er einfach durch. Und haut die... Okay. Alles klar. Du kleiner Hulk. Interessant. Und dafür können wir jetzt auch das verwenden, wenn wir da in die Tür müssen. Und ich glaube, die Toast können wir auch so verwenden einfach mal, ne? Im Kampf. Richtig. Wenn's mal nötig ist. Wie viel hab ich denn davon? Ein Toast. Okay. Ist es nicht wirklich viel? Was steht denn da? Äh... Vulcano... Vulcano-Tau. Vulcan City. Keine aktiven Vulkane. Ja, ja. So locken sich die Leute hin. Ist klar. Und dann plötzlich... Ah! Vielleicht doch aktiv. Aber die halten auch viel aus hier. Wir machen zwar viel Schaden, aber die Dinger sind nicht ohne. Au. Sehr gut. Wir schlagen uns so langsam gar nicht mal so schlecht. Oh, ein Hamburger! Willst du Ham? Hamburger! Ach so. Oh, vielleicht hätte ich den eher essen sollen. Machen wir mal alles weg hier. Die Schlümpfe. Ja, ja. Ist nicht ak... Oh, scheiße. Entschuldigung. Ich hab mich nicht mal bewegt. Ich hab mich nicht bewegt. Gott, Meg. Ich steig sowieso gleich wieder auf. Ich hoffe, dass ich's bis dahin schaffe. Ja. Und jetzt bin ich wieder aufgeladen. Sehr gut. Sehr endamage. Pommes! Ah, ich brauch selber. Könntest du essen. Ja. Gold! Brauch auch ich. Gold! Brauch auch ich. Ja. Hast du den gegessen? Oder ich? Oh, der Spritzstein. Der Spritzstein. Da ist er wieder. Aber er ist jetzt rot. Den haben sie jetzt aufgeladen. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist... ein Übel. Könntest du mir die einfach mal alle auf eine Linie stellen, bitte? Okay. So ungefähr, wie's jetzt ist? Ja, ist nicht schlecht. Geht natürlich noch besser, aber... Oh, so ist gut, so ist gut. Jawohl. Was die dann auch? Oh, Rot, Meg, ey. Haha, was ist... Was wir einen Schaden machen, ist unglaublich. Sehr schön. Das war cool. Ja, da kommen die wieder. Die halten einfach viel zu viel aus, meiner Meinung nach. Oh, ich kann mehrere von diesen schießen. Von diesen Bällen schießen hier. Das finde ich nicht schlecht. Oh. Schön. Du hast jetzt keine Tränke mehr, das ist dir bewusst, ne? Oh ja, sehr schön. Was habe ich denn meine Tränke gebraucht? Die wollte ich doch gar nicht. Du hast immer mal F gedrückt, wahrscheinlich. Ist nicht schlimm. Das war nicht das Ziel. Äh, du brauchst den. Hast du gegessen? Sehr schön. Puh! Hör mir nur. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Ähm. Das ist beide dumme. Hast du? Ja, sehr schön. Bissen wir da rauf? Ich denke, wir müssen da rauf. Oh. Gut, dass du wenigstens den Durchblick hast. Keine sonst nix. Sonst nix, aber den Durchblick hast du. Level up sehr gut. Das heißt, gib halt wieder mehr Schaden. Alles klar. Ja, so. Oh. Und da ist auch schon der nächste Boss. Was auch immer der tut. Der tut Schlimmes. Der ist ein nicht aktiver Vulkan. Au, 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 au. Aua. Hier sind... Okay, ich brauch das mal. Wir können dem keinen Schaden machen gerade. Oh. Kannst du ihm jetzt Schaden machen? Ja. Sehr gut. Aber nur mit den Sandwiches. Hast du noch eins? Ja. Du hast ne welche. Da drüben ist auch noch eins. Ah, das ist jetzt weg. Alter. Wir brauchen Sandwiches. Hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Ich kümmere mich um den Rest der Feinde. Wie ich einfach durchdrehe hier in der Luft. So. Hau den weg. Hau den weg. Hau den weg. Hau den weg. Ah, das Problem ist, ich bin gleich tot. Das ist wahrhaftig ein Problem. Ja, ich bin tot und du schlägst hier schön auf den ein. Nimm es, nimm es. Ist es? Nein! Ist es? Kein Trank. Schnell. Abschuld, Abschuld, Abschuld. Okay, kannst du mich belieben? Na klar. Wäre nett. Okay. Das mit den Dingern ist ja ein bisschen unpraktisch. Ja. Ihr macht immer drei davon. Drei Stück. Ja, ich muss mal ganz kurz das abwarten. Momentan geht's. Ah, scheiße. Ja, bleib mal da drüben. Genau. Und jetzt drüber. Eins, zwei, drei. Jetzt kannst du. Ja! Jetzt. Haha. Sehr schön. Dann brettle ich die mal weg hier. Oh, jetzt. Jetzt hau' wir den mal weg hier, den Vulkanus. Komm, den geben wir jetzt hier richtig. Jawohl. Ha! Nicht mit uns. Nicht mit uns, würde ich sagen. Oh. Ähm. Sollen wir hier wirklich runterspringen? Äh, kommt hier noch was Großes? Nee, wir müssen nach rechts, hat er gesagt. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Die Hand hat gesprochen. Ah, da runter, Kollege. Ach, ach. Siehst du, sag ich doch. Alter, ich... Den anderen nimmst du. Ja, sehr gut. Perfekt aufgeteilt. Genau. Ja, sehr gut. Der nächste Bosskampf steht bevor. Falling Rock. Ah! Das brauchen wir. Denkst du? Ja. Ja? Echt jetzt? Wow, was ist denn das für ein Vieh? Alter. Au! Da hat's... Äh, der kämpft mit einer Socke. Ist das gerade sein Ernst? Das ist... Ah, wir müssen dem hier Schaden machen. Okay. Der Socke? Nee, ihm. Aber ich hab schon wieder fast keine Life mehr. Au, 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 au. Uh. Okay, das ist ja interessant. Wenn du Tränke hast, wirst du anstatt zu sterben, wirst du wiederbelebt. Also, kriegst... Geht der rein. Ah, au, au, au. Ja, ich bin gleich... Ich bin ein Flatttyp. Au. Aua, au, 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 au. Au. Und noch der Stein auf mich raus. Ja. Bin ich wieder platt. Ich bin so ein Bewegungslegastheniker. Das ist echt... Das geht auf keine Kuhhaut. Aua, und der Stein. Oh, ey. Dann noch das Feuer, ey. Das ist ja unglaublich. Es tut mir leid. Ich bringe gar keine große Hilfe, habe ich das Gefühl. Ah, Mann. Wie kommen wir denn da... Okay, ich hab jetzt keine Tränke mehr. Und ich glaube, ich kann dem nicht wirklich Elektroschaden machen, ne? Nee, geht nicht. Geht nur mit Haue. Und da hat's mich wieder. Meine Güte. Puh. Vielleicht sollte ich ein Sandwich essen. Wir haben vorhin so viele Sandwiches gekriegt. Ja, zweimal den Stein auf mich raus. Ich esse da mal ein Sandwich. Ja, du musst weiter nach hinten. Genau. Ja. So, dann esse ich hier mal ein Sandwich. Aua. Dann versuche ich den mal hier. Aua. Eigentlich... Nee, ich bin schon wieder tot. Meine Güte. Ich bin so ein vorsichtiger Spieler. Ich muss echt mehr auf Defensiv... ...Skillen. Äh. Ja, gut. Ich wollte eigentlich angreifen. Das war's dann. Ja, Verteidigung muss geskillt werden. Kommt auch mal ein bisschen Beweglichkeit diesmal. Ganz klar. So. Okay. Gut, und das soll es auch gewesen sein für heute. Wir haben die 20 Minuten wieder beisammen. Und beim nächsten Mal versuchen wir es nochmal. Und ich denke, wir müssen die Sandwiches fressen. Und dann, ähm... Das kann natürlich sein, ja. Können wir da mehr Schaden machen. Weil ich kann da keinen Magie-Schaden machen. Also es geht nur mit brutaler Kraft. Von daher denke ich... Ist das Brot die Lösung, ne? Absolut. Absolut. Okay, gut. Dann danken wir fürs Zuschauen. Hoffen natürlich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und, äh, nicht vergessen... Sagst du's mal. Sagst du's mal. Nicht vergessen. Abonnieren, kommentieren, masturbieren. Alles nicht vergessen. Und nächstes Mal wieder einschalten. Genau. Lamentieren. Das mach ich. Ach so. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotmeck und euer Teich-TT. Ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.